So, hallo und herzlich willkommen. Heute geht es hier bei Minecraft Feedbeast Infinity. Erstmal haben wir am Schluss noch ein bisschen hier mit Stormcraft gefehlt. Und dann machen wir jetzt weiter. Wir waren jetzt erst mal eine ganze Runde Sachen scannen. Einmal rüber. Das war vielleicht dumm. Aber wir probieren es jetzt einmal so. Also ich habe ein bisschen nachgeguckt, was man dazu scannen sollte. Beef, Chicken, Fish, Frog. Vielleicht wird das hier auch was. Wir probieren es einfach mal aus. Eigentlich hätten sie gesagt, so etwas in der Art sollte einen Live geben. Ich brauche Tod. Ich brauche Life. Ich brauche Tod. 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 Halt. Halt. War er auch Tod? Bravo. Ne. Live war da. Gut, dann holen wir uns live. Ich weiß wie es geht. Live war nämlich einfach. Das und das. Also. Erde. Wasser. Dann schauen wir ein bisschen live. Tod. Und Chaos und Leben. Dann. Ähm. Finden wir mal kurz Gift machen. Hier. Und jetzt können wir ein bisschen scannen. Hier habe ich jetzt mal kurz nachgeguckt. Also ich habe eine Website. Wo man dann. Die Wege beim. Äh. Beim Research. Äh. Ausfinden kann. Da die Biest. Da. Da. Da ein Biest. Heiz. Nochmal was. Da habe ich noch etwas. Das ganze Zeug hier. Dann gibt noch Fleisch. Ich weiß dann nicht. Was das ist. Aber egal. Hopus. Ok. Dann wird ein ganzes Nacht. Drei neue Sachen. Nein. Spirits, ok, können wir vergessen. Dann den Sauberstab. Da die müssen wir lernen. Dann droppeln wir hier ein bisschen aus. Ah stimmt, wir brauchen ja Plans. Plans waren eine Sekunde. Ich kann nachdenken. Auf das was mir hier gerade hilft, wollte ich auch in die Videobeschreibung packen. So, jetzt haben wir hier Plans. Dann, was könnte ich nochmal machen? Äh, movement. Und, das ergibt. Revel. Dann, Leben. Und Void. Agitur. Fisch. Ja, wir können mal verschwinden in unser Buch um, aus was sich damit gespielt hat. Ja, das sind die Basic Aspekte. Wasser, Fisch, ja ok, das sind die ganzen Sachen. Faupus, Tod und Bestie. Ja, wir können jetzt mal wieder rüber gehen in die normale Welt und ein bisschen scannen. Weil das ist da jetzt das Haupt, was wir machen müssen. Oder wir machen geschwind das hier fertig. Kann ich jetzt nämlich eingeben auf der einen Seite, ähm Talum. Und auf der anderen Seite gebe ich ein, äh, wie heißt das, Magic irgendwas. Äh, Predantatio. Dann gebe ich ein, dass es drei Schritte sind, wo ich das machen muss. Dann spuckt es mir, äh, hier eine Lösung aus. Da brauchen wir einmal den hier. Einmal den hier und Auto. Nice. Entschuldigung, fertig. Jetzt können wir theoretisch, äh, Bromium Barren herstellen. Dann kommen wir halt wieder ein Kessel. Müssen wir jetzt hier reingucken, da können wir gucken wie ein Kessel geht. Kessel, einfach ein Kessel und den, äh, mit einem Wand anzipsen. Balance Chart, einfach ein Chart reinschmeißen und, ja. Balance Alias Menüs. Keine Ahnung, von was man das braucht. Jetzt müssen wir jetzt da gerade eigentlich einmal durchlesen. Metal Transmutation, Metal Curification. Keine Ahnung, das, was wir brauchen, ein Item. Dann das hier. und dann das hier. Metal ist einer von den einfachen Sachen. Deswegen... Moment, hab ich hier die Flaschen drin? Nein, die hab ich drüben. Dann können wir nämlich noch mit so einem Schreibset machen. Das wir dann immer in der Truhe haben. Ich hätte auch noch ein bisschen irgendeinen Punkt bringen sollen, weil... Geht ja hier nicht. Ähm... Kann ich vielleicht noch eine Range erweitern. hier überhaupt noch mal anziehen. Grail-Tall Candle, Height Candle, Magic Teller, Magic Teller... ...sch... Jetzt müssen wir schon rausfinden, wie es geht. Egal... ... ... Da haben wir was Neues, die Chest konnten wir, da haben wir Holzfunde, der Läusenmelder konnten wir checken, nicht nix, armstrongbox gate, chest gate, offen, chest gate net, buckle and the tank gate auch net, that gate net, cast will net, enter IO, cord will net, cable gate will alles net, dann gehen wir mal wieder in die normale Welt einmal rüber, da muss man ganz viel eigentlich, da muss ich einiges scannen können ok, das war mit dem Kopf Brick, Schillheimer, rafting table, gate net, gate net, marble, nix, limestone, nix, basic bester, energy, gedöhns, root, bark, hallo, tools mal denying Serbysinen, okay einmal hier, CIDIAM bens blau blumen, hall terr, mach ja guck ja macht botanierflauer allen ein einmal kurz schlafen, dass sie aufhört zu schiffen dann losziehen einmal ein schaf leaves 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 bisschen holz macht aber schnell D arrow geht nicht geht nicht chicken da haben wir jetzt etwas neues apple das ist ich habe keine ahnung mehr was 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 ist weil ich bekomme gerade so viele rein das geht also auch noch... ich kann die dinge auch noch scannen Ok, ist geil, Sand haben wir noch gar nicht, Graf haben wir schon, Grasblock haben wir, normales Gras haben wir nicht, Wasser haben wir, Portobello, Räume haben wir nicht, Magical Flow, wo waren die anderen heute, da oben, wow, da bekommen wir das ganze Zeug rein, ok, so können wir, da will ich an richtig viele Sachen kommen, Magical Flower, Villanette, ah, Clay, was gibt es hier sonst noch, das andere Holz, was man denkt, Darkland, Sano, Helmut Glant, Beef Garden, also wenn ich die rechts klicke, brauche ich die nicht ab, äh, brauche ich die komplett ab, IQ, Assault, funktioniert nicht, Wenn wir mit einem Villager wären wir nicht schlecht, wohnen wir nicht, unseren Kopf, planen wir nicht, müssen wir jetzt warten, bis hier noch alles durchgelaufen ist, auf der Seite, kann man in der Zeit mal gucken, was wir jetzt, wie viel wir jetzt haben, aber Himmernhaufen, Aqua haben wir jetzt nicht viel, R haben wir jetzt nicht viel, Ignis haben wir jetzt einiges, ja, Odito, Metall um Himmernhaufen, Mortos haben wir nix, Mortos haben wir nix, warum habe ich eigentlich bei Mortos nix bekommen, wenn ich vorher Mortos gebraucht habe, um das Fleisch zu scannen, äh, da sind die Blumen dabei, Potenzia, naja, haben wir das, ach, das war auf so ne Not wahrscheinlich, Oh, das fehlt, nirgends dran, Das ist da, weil, ok, läuft immer noch, oh Gott, Das kann man hier nicht finden, oh, ne Not, Normal, Creeper, Follow that, Oh, das bleibt immer noch, nicht zu viel scannend, Dann gibt's hier noch neues, das hier, dann, die ganzen Erze, muss ich auch noch mehr scannen, Great Wood Leaves, Great Wood Lock, Müssen wir mal eine Silberroth finden, Steht jemand eine Note? Ah, nicht, Grafähemmer, die Blumenhämmer, Irgendwann eine Note wär cool, Äh, ja, Pärle, also, ein Hive, können wir nicht, ähh, oah, das war wichtig, da ist nämlich ne Not, nööö, 7, den Ere, Warum macht der hier so dunkel? Was ist das für einer? Macht der etwas Licht aus. Ich muss erstmal Spirits lernen, damit wir das bekommen. Eldritch Obelisk. Teil. Schade. Ethereal Essence. Ok, die haben wir bekommen. Die besteht aus dem Fragezeichen. Können wir das rausfinden? Ne. Hier zeigt er mir das nicht an. Aber wenn ich hier das so scanne. Zeigt er mir das an. Ok. Muss ich nicht verstehen. Aura Node. Gucken wir weiter. Ja, da haben wir vielleicht einen Esel noch irgendwo. Äh. Das, halt das haben wir hier. Yep. Rebel Ore. Das haben wir schon. Ähm. Stein haben wir auch schon. Wirkenholz. Wirkenblätter. Wirkenblätter. Weiche. Hammer. Ich bin ja nicht jemals in die Richtung geflogen. Einhauen. Tintenfisch. Gut. Ja. Note. Ok. 51. Ein 5 bekommen. Ok. Naja. Naja. Die werde ich ja irgendwann noch alle einpacken zu versuchen. Um die einzupacken und mitzunehmen. Wir haben auch wieder ein paar Punkte bekommen. Was ist mit. Gleisstone. 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 Müssten wir vielleicht auch noch. Ähm. Schwein konnte man nämlich nicht. Ähm. Dorfbewohner. Wo habe ich ein Village? Da. Man muss so ein bisschen so. Tolle. Nein. Einmal die Karte aufmachen. Äh. Raum. End? Fragezeichen. Portal. Jetzt hoffen wir da ist das mit dem PC verkraftet. Weil. Dorf war ja irgendwo dahinter. Wasen. Da ist's. So. Jetzt. Halt. Falt. Da steht. Machen wir das Speed Multiplier wieder auf. Eins. Study the Mind. Okay. Land. Längshemmer. Türe. Da die Tools. Wo bekomme ich Tools? Spirits. Ach komm ihr wollt mich doch verarschen. Glas geht's auch nicht. Treasure Blade. Und. Und dann. Der ist. Wolle. Der geht nicht. Der geht nicht. Meint. Ich sollte eigentlich nicht hier so lange sein. weil jetzt wird's nachts und dann verrecken die ganze jetzt finden wir mal den node hive den beehive konnten wir jetzt machen muss ich das verstehen die spinne nicht das was ich wollte ja ich hab cotton seeds bekommen zombie muss ich erwarten sie jetzt länger nix zum lernen an ließ ein wird haben wir ordentlich wieder was gefunden falsche Wir sehen hier, da haben wir doch schon einiges an Sachen, mal kurz zurück gehen und jetzt Hallo, halt jetzt können wir Aluminium probieren, gehen wir mal runter, theoret geht nicht, das haben wir schon, Pesseract will nicht, will nicht, der will nicht, Casing geht, Apo geht nicht, Barrel geht, Controller geht nicht, Reaktor geht, Reaktor geht, Power output geht nicht, Billing cabinet geht, and chest geht nicht, die alle wollen nicht, gucken wir hier noch etwas runter, drum geht nicht, Uncrafting table, ist los, nichts viel scannt oder was, warum kriege ich jetzt die Effekte hier, Tools, ja Tools muss ich unbedingt lernen, und ich scannte gerade nichts mehr, Ok, Irgendwas gemacht, dass der nochmal wirklich scannt, gehen wir einfach mal, Jetzt sind wir dann eigentlich schon, Ich werde bei 24 Minuten nur scannen, Oh, da haben wir was neues bekommen, Dann können wir hier die ganze Sachen mal hier, Da stimmt Gravel Road, Warte nicht, Warte nicht, das Zeug ist eine Schleu nicht, Nein, nein, Vollstone, Dann können wir mal hier drüben, Gravel Anker, Will auch nicht, Hitrone, Hammer, Opacity will auch nicht, Sacrifice will nicht, Kriegen, Boah, das war gut, Crystal, Nix, Flatbrick, On it, On it, On it, Ehm, Yep, Will auch nicht, Will auch nicht, Will auch nicht, Gammelfleisch, Will auch nicht, Dann gehen wir mal nochmal hier rüber, Versuchen nochmal, Die einzelne Saaten, Wir haben ja jetzt ein paar Mal, Zubekommen, Geht aber genauso wenig, Wir brauchen Tools, Gut, Was brauchen wir für Tools, Ich komm schon nach, Äh, Das ist nicht in Tier 2, Das ist nicht in Tier 3, Was ist denn das, Ah, Tier 6 ist das, Da brauchen wir, Humanus, Und Ordo, Humanus bekommt man aus, Biest, Bestia, Und Cognito, Cognito ist, Feuer, Und, Spiritus, Spiritus ist Leben und Tod, Oh Gott, Ist das eine lange Reihe, So, Da haben wir, Spiritus, Dann brauchen wir, Das und Feuer, Dann haben wir hier, Prognito, Flash, Und, Spiritus, Nein, das war's nicht, Äh, Bestia, Und, Cognito, Willkommen, Humanus, Und, Humanus, Und, Ordo, Willkommen, Tools, So, jetzt müssen wir eigentlich mehr scannen können, Da haben wir jetzt noch eine Krabbelhandel bekommen, Da haben wir jetzt Tools, Da haben wir jetzt Tools, Und, Dann können wir mal nochmal das ganze scannen, Blimmer noch nicht, Blimmer noch nicht, Blimmer noch nicht, Blimmer, Das haben wir jetzt auch, Da kommen die, Ah, da haben wir ganz viel rausbekommen, Oh, Oh, Da haben wir's, Das war, Wireless Transmitter, Da haben wir so eine komische Eule bekommen, Zahnräder, Kann man ihn mal ausschalten, Ähm, Jetzt, Äh, Wow, Wow, Jetzt aber, Hammer schon, Das haben wir noch nicht, Das haben wir jetzt, Wow, Da haben wir jetzt noch nicht, Oh, Da haben wir jetzt noch nicht, Da haben wir noch nicht, Drive, Screwing Stand, Econic Chest, Vibrant Capacitor, Dowiebinder will noch nicht, Wireless Charger Frister, Energy will noch nicht, Wireless will noch nicht, Beaver, Hammer schon, Hammer nicht, Hammer nicht, Luitransponder, Magma Crucible, Will, Eh, Das Hammer, Das Hammer, Nach unten, Coco Beans, Das ist, ich meine, Ah, Jungle would have not, Precharger will er, Das will er not, Fazer Drill nimmt er auch, Storage, Das haben wir schon, Das haben wir auch alles in Hopper, Yep, will er jetzt auch, Die ganze Busse nimmt er auch so, Die Ladegeräte, Interface, 64, Das, Okay, die macht er alle einzeln, Cool, Riverizer, Redstone Furnace, Scriber, Smelter, Ui, Jetzt kommt er erst zusammen, Pulverizer, Basic Hammer schon, Induction Smelter, Dann, Ups, Carger, Controller, Oh, da haben wir ganz viel Eile bekommen, Da haben wir jetzt schon mal was zusammen, Elevator, Da fahren wir oder was, Ähm, Ja, Ganz so, Nicht ganz so verkehrt, Portale haben wir jetzt, Wipps, Einmal hier durch, Note können wir uns jetzt auch noch holen, Den Lever Hammer, Den Belt, Die Chest Hammer schon, Äh, Intensiver Hammer, Dann, was gibt es denn hier noch, Glas, Das ist immer alles schon, Das ist immer alles schon, Belisks, Dann hier unten, Tank, Drum, Will er nicht, Und, Und, Will er auch nicht, Egal, Was sagt er eigentlich dazu, Warum, Ach, Keine Ahnung, Aber, Das müsste jetzt eigentlich mal, Erreichen, Was wir da gescannt haben, Hoffentlich, Können wir mal wieder rüber gehen, Äh, Dann brauchen wir eine Reichweitenerweiterung, Für unser ME System, Hier vielleicht noch Strom hin, Kann man mal gucken, Alles verschiedene, glaube ich, Jep, Da hätten wir alles, Da fehlt uns nur eins, Polem Dart Launcher, Da hätten wir alles, Copper Wand, Da hätten wir alles, Na, können wir ja, In der nächsten Folge, Da eine fleißig, Das, Unsere, Spekte da rein knallen, 109, Aber, 77, Warum habe ich von den, Dinger hier, Nur so wenig, Naja, Wird schon irgendwie so klappen, Dann könnten wir noch eins machen, Nämlich, Da, Demon, Oh, in Nether könnte man noch, Und da scannen, Scannen, Ui, Das ist jetzt ein schön großes Dorf, Ich hatte doch hier einen Junklord drin, Den hat gefressen, Das ist ein kleines Frister, Das ist ein kleines Frister, Fortale, mit einem Net, Netherbrick bekommen aber, Ein normaler netherbrick, Rinaldorfer, Ritual Stone will nicht, Front Guardian will auch nicht, Aussie, auch nicht, Aussie Wall will auch nicht, iron bars was gibt es jetzt an der schnallte? das komische holz, die schweine ender fragment stone bricks hammer stone bricks how good der vogel hin stone bricks, stone slaps hier ist einiges los jetzt mal größer vorgestellt aber da haben wir ja keinen junk load mehr hier drin hin, weil das ding hat sich umgebaut und hat unseren junk load gefressen ist das ganze jetzt bisschen stehen blieben ist aber auch nicht zu schlimm da hat er den brunnen überbaut also hier reicht es jetzt mal aber in nether ah, twilight forest auch noch mal gucken es gibt so viel zum scannen was sollt ihr jetzt muss ich aufpassen dass der mich voll kotzt zombie pigman will net netter lapis salpeter nette kohle netter salt will er alles net dumme will er auch net will er auch net will er auch net ah, da ist unsere quarry durchgelaufen uuuhhhhhh crashcloud geht auch pilz funktioniert net double stent ah, da hat man ghost hat bekommen low stone hab mir grad echt null bekommen ne, 10 ne, 10 oh besser ich würde mich schon beschweren äh, sulfur den hat er net abbaut sehr gut dann, was ist mit denen dann will er net imp oh, was ist denn das vom Gesicht vom Trauriges der rieb dort ähm da ist noch ne wolke ach, halt's mal ah, komm her ich will dich scannen ey, komm raus flash, komm raus komm jetzt da raus, du Drecksack ja, ist mein Arschloch hellbock flash up komm her komm her ey, komm her ich will die scannen geht net dann geh schon drauf jetzt generator enderpump tank tank ist ja gange dashblock äh, was bräuchten wir jetzt ah, das ist andere pilz das können wir mal node äh, aura node da hat man da hat man immer so wenig da hat man der rieb immer voll er ist aber da drin äh, jetzt mal schauen sonst geht uns das Auto leer verdammt äh da haben wir alles in Dreck umgewandelt da muss man aufpassen da haben wir ganz schön viele von denne oder nicht das von denne nodes müssen wir jetzt eigentlich als erstes mal lernen wie man die nodes einpackt falsche äh, wo ist denn das jar ja ok, hier ah, hier ist das was ich mal gesucht habe das haben wir das haben wir das haben wir basic artificial item crate ok das golem äh das müssen wir auch mal angucken britannia plat ah, das ist eine mischung dann das ganze kann man mit bienen mischen und shitx keine ahnung wo ist jetzt das glas mit dem ich nodes fangen kann das wäre mal noch wichtig immer noch 34 plus und auf der seite laufen die teile immer durch äh, da haben wir desidia keine ahnung das haben wir auch bloß auf einem bekommen oh ja, haben wir jetzt ganz schön viel zu krumm auch die muss haben wir jetzt bloß auf dem alt bekommen und noch 13 ah, da sind wir auch neu leider lässt sich doch hoffentlich ein bisschen was arbeiten 23 sensors oder dreimal geist auf nix ist tot drauf na, wir könnten vielleicht noch die Rüstung einmal durchscannen äh, warum habe ich eigentlich das so dabei die ganze die ganze warum habe ich eigentlich die ganze research nodes noch dabei jetzt können wir auch noch geschwind wir müssen jetzt einige Flüsse machen dann müssen wir beruhig Zeit Steining Machine Resurrect ah, da haben wir auch noch was bekommen mal schauen, hör mal schauen, hör mal schauen, hör mal schauen dann einmal kurz hier rüber ich will mal das zu scannen holy shit das lohnt sich wow wow wir können gleich noch ganze Richtung scannen es gibt ordentlich Sachen äh die Chessblade ja Helm Hämmer schon von Helm? nein, wahrscheinlich nicht das hämmer, das hämmer nicht das können wir da anziehen das können wir da anziehen wow die Draconium-Sounds sind heftig oh, da haben auch was neust äh, was ist noch Draconium? das war Draconium was hämmer denn an Draconium ähm, dann das hier das hier den leeren Block nehmen wir nicht ok ok, das bringt nicht zu viel der Charged will er nicht mal erlaubt 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 ein paar Sachen davon aber das soll es eigentlich für diese Folge gewesen sein ich hab scheiß viel gescannt und ich hoffe, dass wir dann jetzt mit den Sachen mal ein bisschen was machen können weil wenn man halt so wenig äh, Leben hat als Victus wie viel hämmer denn da davon Mord plus hämmer nur 2 als Victus hämmer nur 12 scheiße da müssen wir dann noch ein bissle was davon machen ah, Asperbia hämmer geistisch bloß auf netherrack wir setzen hier an als kundigeist nulsen moped ghast tier da sind die überall drauf Machen wir das nur kurz Machen wir das nur kurz hier Head nur keine Skeleton-Heads da sind die dann Skull Ehe-Spiele ist anders man muss bei jedem eigentlich Geist bekommen da bekommt man sogar Tod da bekommt man gar nix da bekommt man gar nix da bekommt man viel da bekommt man gar nix da bekommt man gar nix da haben wir die zwei fehlen noch da bekommt man nix da bekommt man nix da bekommt man nix, okay dann mache ich immer Schluss für heute vielleicht könnte ich jetzt das brauchen wir noch mehr kommen hier, jetzt haben wir's also gut dann wärs das mal für diese Folge aber der Ehlen lang hoffentlich nicht ganz so schlimm anzugucken wie ich hier durch den Wald renne um möglichst viele Aspekte zu bekommen hat sich jetzt auf jeden Fall mal gelohnt wir haben ziemlich viele jetzt von der Fortgeschrittenere aber nicht viel von der Grund Aspekte das ist ein bisschen scheiße aber da hätten wir doch schon einiges jetzt wahrscheinlich fehlen uns nicht mehr viel ich weiß nicht wie viele sind es ähh keine Ahnung ich wollte mal durchgucken wie viele ich habe und wie viele es gibt aber ich schätze da fehlen jetzt nicht mehr so viele das meiste müssen wir jetzt abdeckt haben und mit denen können wir dann jetzt auch ein bisschen was erforschen in der nächsten Folge dann wir hätten Tinte 84 hätten wir noch das dann auch weil wir brauchen ja Tinte und dann brauchen wir einen besseren Zauberstab dann müssen wir ein paar Nodes sammeln Primal Charm Shaped Work Table Aha Use von dem keine Ahnung Arcan Work Table müssten wir dann auch mal machen aber das kommt dann alles in den nächsten Water Char Bring Char One Char kommt alles nächste Folge dann könnten wir wahrscheinlich noch die Nitor machen ein weil das ist ja ne in der nächsten Alchemie ist es dabei das haben wir Arcane Work Table ah ein Table und dann ein Hauptstab drauf fahrt so noch hin Arcane Table ist einfach der wieso die Table 2 nebeneinander das drauf setzen dann dann Goggles of Revealing müssen wir erst erforschen dann wird schnell anfangen aha dann gibt es hier noch die Ringe und den Belt mirrored Glass machen wir jetzt gerade alles nicht oh habe ich das einfach erforscht ok dann bauen wir Wolle, Strings dann können wir das einmal außen rum setzen dann können wir uns hier die ganze Richtung einmal bauen ähm da ist die Worte da jetzt auftaucht Arcane Stone könnte man machen ok manche Sachen kann man anscheinend auch so einfach erforschen wobei nicht dran steht dass man ein Scrabbing Tool braucht das braucht man ein Scrabbing Tool das braucht man da dafür da brauchen wir ein Scrabbing Tools da brauchen wir ein Scrabbing Tools ok ja Golems ok ein Hungry Chest ist das Okay, das ist so eine Truhe, die alles aufsaugt, da hätten wir das Weiber, da müssen wir jetzt weitermachen, ja genau, das müssen wir machen und das müssen wir machen, dass wir uns einen besseren Zauberstab machen könnten, das, oh genau, ich sollte noch Krayto zammeln, aber das ist alles in der ersten nächsten Folge, von dem her, hätte man ein gutes Stück gescannt, war vielleicht teilweise ein bisschen langweilig, aber jetzt weiß man halt mal, wo das Ganze immer herkommt, war halt auch notwendig, aber jetzt kann man wirklich loslegen wahrscheinlich nicht und in der nächsten Folge einen Haufen researchen, von dem her, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.